Wir befinden uns in der Zeit von 1933 bis 1942. Es zeigt eine Gesellschaft in der Diktatur im Übergang vom Frieden zum Krieg. Es gibt noch keine Zerstörung, die die Zivilgesellschaft in ihrem Lebensumfeld in Trümmern zeigt, nur einen Bombentreffer in der Munitionsfabrik. Alle öffentlichen und privaten Gebäude außer der Kirche sind geflaggt. Fast alle Teile der Gesellschaft sind Teil des Regimes. Selbst die Architektur der neuen Gebäude zeigt den gewalttätigen Stil der Nationalsozialisten. Die Burg ist nun eine Musterburg nationalsozialistischen Bauens. Sie demonstriert absolute Herrschaft und ist Sitz des Gauleiters als höchste NS-Administration. Der Gauleiter empfängt im Burghof eine große Truppe Spanienkämpfer der Legion Condor. Sie haben als Fliegertruppe im Spanischen Bürgerkrieg den General Franco gegen die Republik unterstützt. Es sind die Helden der Diktatur. Ein Kinderchor, begleitet von einer geistlichen Schwester, symbolisiert die Gleichschaltung der Gesellschaft als Ganzes. Auf der Rückseite der Burg werden zwei politische Gefangene von SS-Leuten zum Verhör in einen Keller verschleppt. Die Verschränkung der Zivilgesellschaft mit dem nationalsozialistischen Regime und dem Militär ist sehr eng und überall in der Stadt sichtbar. Hitlerjungen machen paramilitärische Übungen im Park. Selbst Kinder haben eine feste Aufgabe in der Durchsetzung des Regimes. Einige von ihnen verraten in der Stadt einen Juden. Überall gibt es die Gestapo, die Geheimpolizei. Die Kirche steht zum Teil auf Seiten des Regimes, zum Teil ist sie in der Opposition und im Widerstand. Zwei unterschiedliche Gruppen von Pfarrern an der Kirche zeigen dies. Einer spricht mit einem Rabbi und Flüchtlingen, andere arbeiten mit NS-Organisationen zusammen. Vor der Schule wird die jüdische Bevölkerung der Stadt registriert, die hier zusammengetrieben worden ist, um in die Konzentrationslager deportiert zu werden. Die Synagoge ist in der Reichspogromnacht 1938 zerstört worden, die Torarrollen liegen auf der Straße. Kunst von jüdischen Besitzern wird von SS-Männern geraubt und in der Höhle am Fuße des Burgberges versteckt. Das jüdische Kaufhaus ist arisiert. Der Besitzer wurde enteignet und ein nicht-jüdischer Eigentümer hat es übernommen. Nationalsozialistische Einrichtungen sind dort eingezogen. Vor dem Rathaus findet ein Fackelzug statt, um den Sieg des Regimes und dessen Verankerung im Volke zu demonstrieren. Direkt nebenan findet eine Bücherverbrennung von Werken jüdischer und regimekritischer Autoren statt. Viele helfen mit, die Schriften zu verbrennen. Viele gaffen. Eine Blumenverkäuferin demonstriert neben all dem scheinbare Normalität und Frieden. Überall gibt es Propaganda des Regimes an den Litfaßsäulen und an den Fahrzeugen. Auch regimetreue Organisationen werden gezeigt. So ein Auto des Stahlhelm. Auflehnung jeder Art gegen das Regime wird verboten und hart bestraft. Der nicht-nationalsozialistische Bürgermeister wird in der Innenstadt verhaftet. Technischer Fortschritt, der die Menschen auch fasziniert, zeigt sich vor allem bei den Flugzeugen und den motorisierten Einheiten der Gestapo und der SS. Auf dem Fluss fahren Freizeitschiffe der Organisation Kraft durch Freude. Direkt daneben müssen KZ-Häftlinge die Reste der getroffenen Fabrik im Fluss beseitigen. Die Menschen auf dem Schiff wollen die Schrecken nicht wahrnehmen. Über die Brücke ziehen Militäreinheiten in den Krieg und werden nicht mehr bejubelt. Flüchtlinge aus dem Frontgebiet kommen mit ihren Habseligkeiten in die Stadt. Wichtige Infrastruktur wird bereits gegen ein Vordringen feindlicher Truppen in die Kriegführung einbezogen. Die Brücke in die Stadt wird von Militärs vermint. An der Brücke wird ein Paar denunziert und von Gestapo und Polizei verhaftet. Eine Liebesbeziehung zwischen einem Zwangsarbeiter und einer deutschen Frau ist als sogenannte Rassenschande bei Todesstrafe für den ausländischen Zwangsarbeiter verboten. Passanten schauen zu. Sie kennen die Folgen. Die Fabrik wird ausschließlich mit Zwangsarbeitern aus KZs betrieben. Der Fabrikchef arbeitet mit dem Regime zusammen. Die regulären Arbeiter sind an der Front. Eine neue Lastwagenladung an KZ-Häftlingen wird zur Zwangsarbeit in die Fabrik gebracht. Sie werden von SS-Leuten mit Hunden von den Lastwagen getrieben. Unterkünfte oder ausreichende Verpflegung für sie gibt es nicht. Viele Fluchtversuche von Zwangsarbeitern scheitern an dem elektrisch geladenen Stacheldrahtzaun. Neben der Fabrik steht auf dem Gelände der ehemaligen Arbeiter-Siedlung eine geheime Giftgasproduktion. Hier missbrauchen Wissenschaftler KZ-Häftlinge für Menschenversuche. Es gibt wenig Hilfe und Zuversicht in dieser Gesellschaft. Im Schrebergarten um die Ecke versteckt ein einzelner, mutiger Mensch eine jüdische Familie vor der Verfolgung. Der von Deutschland entfesselte Krieg, der Millionen Menschen das Leben kosten wird, erreicht bald unsere Stadt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.